Ein Aus-ID-Saison-Karten für den Heldenberg sind inklusive, Tilde-Besichtigung des Koller S. Oldtimer Museum, Tilde-Besichtigung des Englischen Garten, Tilde-Besichtigung und Führung mit Vortrag im Lepizaner Trainingszentrum inklusive. Ausstellung, Außenkoppeln und Kinderparkur, Tilde-Besuch im Steinzeitdorf, Tilde-Besuch am Aigner S. Falkenhof mit Besichtigung der Greifvögel, Tilde-Besuch der Radetzky-Gedenkstätte inklusive. Parkanlagen, Gruft- und Museum, Tilde-Besuch in den neuen LPSM Vinotec Inkel. Verkostung ein Glas Wein, ein 16. L, der HELDENBEG, ein Ort, sieben Erlebnisse, da Heldenberg mit seinem vielfältigen Unterhaltungsprogramm ist im westlichen Weinviertel sehr beliebt. Das Abenteuer beginnt am Fuße des HELDENBERGS mit 130 Jahren Automobilgeschichte in Koller S. Oldtimer Museum. Ein Besuch in der angrenzenden Vinotec lässt die Herzen der Weinkenner höher schlagen. Der daneben lebende Englische Garten inklusive. Café Heldenberg lädt zu einem gemütlichen Spaziergang mit anschließender Jause ein. Wer aber mehr an der Tierwelt interessiert ist, hat auch die Möglichkeit, die berühmten Weißen Lepizaner Hengste und deren Geschichte im Trainingszentrum bei Führungen inklusive. Kutschenausstellung zu besuchen Zur Tierwelt am Heldenberg gehören auch die Greifvögel im Aigner S. Falkenhof. Hier sind die Raubvögel bei den täglichen Flugvorführungen zu bestaunen. Neben dem Aigner S. Falkenhof befindet sich das Steinzeitdorf mit Kreisgraben. Hier können besonders Familien bei jungsteinzeitlichen Tätigkeiten, wie Töpfern, Getreide malen und Steine schleifen versuchen. Einer der zweifellos wichtigsten Denkmäler der österreichischen Geschichte ist die Radetzky-Gedenkstätte inmitten einer prunkvollen Parkanlage. Wer nun Lust bekommen hat, diese vielseitige Themenwelt zu besuchen, ist herzlich eingeladen, noch mehr vor Ort zu entdecken. www.derheldenberg.at Das Gewinnspiel ist aktiv bis 03. April 2019 23.59 Uhr Die Gewinner werden via Mail verständigt. Bar-Auszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, eb.